Ich bin Laura und ich arbeite bei Amades Germany. Wir liefern dem Kunden Komplettlösungen für den Breitbandausbau und unterstützen ihn somit von der Anfrage bis zur Auslieferung. Bei uns am Standort Schalbsmühle arbeiten 20 Mitarbeiter in verschiedenen Abteilungen. Die Abteilungen umfassen den Einkauf, den Vertriebsinnendienst, das Servicecenter bei uns, das Lager und die Buchhaltung. Und da versuche ich bestmöglich, alle Abteilungen miteinander zu koordinieren und die Mitarbeiter anzuleiten. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich bei der Amades die Möglichkeit bekommen habe, aufzusteigen. Ich bin aktuell sehr zufrieden mit meiner Position und freue mich total auf die Zukunft. Ich arbeite sehr gerne bei der Amades, einfach aufgrund dessen, weil wir wirklich ein tolles Team sind. Jeder hilft jedem und es ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen und macht einfach Spaß. Ich finde es besonders spannend, in einer internationalen Gruppe zu arbeiten, einfach aufgrund dessen, dass man viele verschiedene Kulturen kennenlernt, dass man verschiedene Menschen kennenlernt, gemeinsam arbeiten kann, das Know-how von jedem Einzelnen nutzen kann und das macht einen guten Eindruck. Ich würde die Amades in drei Worten wie folgt beschreiben, fortschrittlich, zuverlässig und flexibel. In meiner Freizeit verreise ich gerne, ich mache super gerne Städtetrips, ich koche gerne mit Familie und Freunden oder wir gehen gemeinsam was essen und haben einfach eine gute Zeit zusammen. Ich bin Laura und ich arbeite bei Amades.